Serafina Wollny und Peter, sie wollen definitiv adoptieren Die Wollnys sind im Babyfieber. Erst vor kurzem ließ Familienoberhaupt Sevilla Wollny, 53, eine Bombe platzen, eine ihrer zehn Töchter ist im fünften Monat schwanger. Bisher weiß man zwar noch nicht, welcher Spross Deutschlands bekannteste Großfamilie um eine Generation erweitern wird – feststeht nur, die zweitälteste, Serafina, 23, ist es nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht schon über eigene Kinder nachdenkt. In ihrer Instagram-Story haben die 23-Jährige und ihr Schatz Peter eine virtuelle Frage- und Antwortrunde veranstaltet. Anstaltet. Eine Userin wollte wissen, wie viele Kinder sich die seit über sieben Jahren glücklich vergebene Wünsche. Serafinas Antwort beinhaltete aber mehr als nur eine Zahlenangabe, zwei eigene und eins adoptieren, gab die Fortpflanzungswillige entschlossen bekannt. Was es wohl mit dem Adoptionswunsch auf sich hat? Das fragte sich auch ein weiterer Follower. Eins möchte ich auf jeden Fall adoptieren und dem Kind ein vernünftiges Leben geben, erklärte Serafina. In Sachen Geschlecht habe das Paar aber keinerlei Präferenz denn es hat bereits sowohl Jungen als auch Mädchennamen parat.